Hallo Leute, mein Name ist Peter Kahl, ich bin der Betreiber des Gloria Kulturpalast Landau. Viele kennen das Gloria aus ihrer Kindheit und viele kennen das Gloria jetzt, auch viele Jüngere, durch verschiedenste Veranstaltungen in den letzten zehn Jahren. Wir haben bis zu 200 Veranstaltungen über das ganze Jahr verteilt hier, sei es Partys, sei es Comedy, sei es Chora-Oke oder auch Zauberveranstaltungen. Momentan sind wir in der Corona-Krise, das heißt, wir haben sehr viel laufende Kosten, aber keine Einnahmen. Und wir hoffen, dass das bald wieder vorbei sein wird. Aber um über diese Zeit hinweg zu kommen, brauchen wir eure Unterstützung. Denn wenn das Gloria schließen muss, würde unsere komplette Kultur- und Partyszene hier eingehen. Das wäre für uns alle nicht wünschenswert. Wir haben in zehn Jahren was Tolles aufgebaut und für viele ist das Gloria auch so ein bisschen zum zweiten Wohnzimmer geworden. Wir haben viele Stammgäste, die wir immer wieder gerne hier im Haus begrüßen. Ja, wir brauchen jetzt eure Unterstützung, das heißt wir, das heißt ich und mein ganzes Team, denn wir sind 22 Angestellte und eine Auszubildende, die jetzt alle natürlich erstmal Leerlauf haben und wir hoffen, dass das nicht auf ewig ist. Deshalb mein Aufruf, unterstützt uns mit unserem Crowdfunding. Alle Infos findet ihr unter www.gloria-kulturpalast.de und wir hoffen, dass alle, die hier im Gloria ihr Zuhause gefunden haben, uns jetzt unterstützen, dass es auch weiterhin so bleibt. Teilt bitte das Video, unterstützt uns. Wir würden uns riesig freuen, wenn wir nach der Krise nicht in der Krise sind, sondern weitermachen können. Vielen Dank. Vielen Dank.